hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge anno 1800 jetzt machen wir zum abschluss noch mal eine aktie von unserem guten tatsunaru gekauft welcher seine insel verloren hat rest and peace an der stelle und wir haben unsere insel wenig aufgebaut weil ich jetzt auch ohne irgendwelche veranstaltungen mit ziemlich geilen ganz hat das weitere ist unser ziel heute nicht mit der story weitermachen nein sondern unsere ziel ist es ein museum zu bauen was ich aber auch brauche ist das möchte ich haben ein wo ist es denn ein klipper weil der halt hier prachtplätze hat und da sehe ich auch schon das erste problem dass ich keine arbeiter habe das ist ein problem damit dass du nicht an der straße bist okay das können wir beheben niemand muss hier meckern denn wir haben jetzt hier hinten auch ein kleines wohnen wir haben wenig freigeräumt und hier platz für wohnungen geschaffen weil je mehr bauern wir natürlich hier haben desto mehr aufsteigen können wir und das ist so auf kurz oder langen das ist unser ziel was gerade mal nicht geht weil wir kein holz haben äußerst verheißungsvolle karten liegen auf dem tisch wir haben ein neues zwischenziel erreicht jetzt sind wir hier nämlich auch hafenstadt und haben wir direkt engpässe die waffenruhe wurde beendet ne wir haben keine engpässe das ist doch super eines konkurrenten wird wenn der kerl der kerl fliegt gleich auf dem spiel ich muss mit der so schnell ist gezogen gut steh ich will nicht in die routen ich gehe in die diplomatie und muss mich irgendwie einschleimen ich mein handelsrecht ist nicht möglich warum auch immer gibt es mir auch gar nicht bei dir wenn du findest langsam gefallen daran nicht wahr ja handelsrechte willst du wohl nicht mich wohl auf den arm nehmen ja der kerl hier wird sterben worüber gehen den waffen schildstand hast du ausgerufen das kann ich verstehen was wir aber direkt machen ist dass wir das hier über bord werfen meldet sich zum dienst und mal hierher gehen und gucken was es ergibt ich habe straßen vergessen ungünstig und hier haben sollte auch sein für mich diesem hellen mond giert es mich nach sternen nicht hilfe mein kleines licht erlischt was finden und holen wir josef straffers nun tag gut der tragöden stelle ohne gleichen aber dafür ein hinweis ein handwerker macht der vier anwesenheit blablabla der fräkile ego der schluss mit einem fangen zu stellen könnte sich bald war im besucherhafen wird er geprägt genauso wie letzte saison der tag für eine küstenwanderung nicht wahr ja ein springbrunnen freud voller neuigkeiten im rathaus die waffen wurde beendet das gefällt mir so gehen wir weiter es mangelt an arbeitskraft ja die sparte hat ein problem mit der arbeitskraft das weiß ich ich freue mich jetzt mal wieder neu toll ist ausgebrochen ich habe jedoch eine feuerwehrstation oder reicht hier noch dahin ja vom stapel gelaufen wer die grafik laden muss boxkampf arena können wir für die bauen auch gut ja wir wollen zurück in die alte welt das ist ja unser hauptfokus heute für die folge das zeug hier wird glaube ich langsam verschwinden und ich glaube es könnte sein dass wir gleich aus dem spiel gekickt werden wenn die verbindung offline ist es ist natürlich ungünstig muss ich sagen und was mich besonders anpisst dass mir jetzt hier keine aktien mehr gehören wenn man vom teufel spricht warte am lingen herbst sommer und winter gib mir mal hier was oder warte wie viel ist deine hauptinsel was ist das wert neunundfünfzig tausend ne ich nehme was von der nebeninsel die kaiserin wird enttäuscht sein dass ich boden verloren habe alter mecker nicht das ist nicht viel die flammen wurden gelöscht gut ein problem weniger spielstand gespeichert so wie viel haben wir denn aktuell handwerker haben kriegen ab 1500 kann ich irgendwo einsehen wie viel gesamtvervölkerung und wir kriegen können ok 400 das ist jetzt mein kipper wo ist mein kipper ich hatte doch ein steuermann beim ernst wo ist mein klipper zu einem imperium gehören land und ich habe doch extra eingebaut oder dann gesagt das geht nicht keine ahnung keine ahnung keine ahnung was der machen kann ist hier anhalten so schön dass der hier noch existiert das freut mich aber mit dir gut stellen wäre wohl etwas sehr praktisches das behalten wir schön für uns ja bitte wahrscheinlich muss ich eine bessere wirtschaft als sie haben was ein wenig schwer werden könnte die hat schon ingenieurs häuser mann die ist richtig krass unterwegs wie auch immer sie sich das alles leisten konnte suchst du die traumnester die sind nicht so leicht zu entdecken ok weiter geht's im programm so jetzt habe ich hier leute und muss gucken was die waren sagen könnte das da bitte meine neue glücksinsel du bist aber großzügig du darfst dich ausweiten kumpel wenn der sich nicht ausweiten dürfte das wäre echt fraglich oder ja das trifft auf mich zu man war übrigens die zähste wie du dir denken kannst bei dem warten wir noch ein bisschen du willst nichts von mir wissen eine zunge die so schön süßholz raspelt sollte man herausschneiden die insel hier sieht nicht so beängstigend aus was meinst du meinetwegen meine berater brauche ich bei so einem schnäppchen nicht zu fragen so die produzieren jetzt auch wieder und jetzt sollte ich mit dir doch ein handelsabkommen abschließen können das wird ein riesengeschäft für dich wirst also was viel ist denn an ich habe leider zu viele leider ich nenne sie biblisten und es gibt so viel biblisch muss da draußen dass ich schon selbst anfangen ihnen zu glauben wenn sie sagen ich wäre ein leichter gegner mit peter und leichter gegner wird sich zum dienst na gut der hat verkackt jetzt zurück oder nee halt mal hier an entschuldige falls ich gleichgültig wirke also deine aufgabe für uns das emporium x und dir ist wohl klar geworden was du zu tun hast ok wieviel handwerker haben wir 1220 und steigt nicht meine frau meinte ich könnte wir würden ungern den vorarbeiter deswegen anhauen ok wir müssen wieder irgendwen finden warte wo sind wir alter harold die auf den amazon mit plakaten durch die straßen mit schildern zu finden sollte ja nicht allzu schwer sein oder hoffe ich weil wenn ich die jetzt nicht finde dann wäre es echt scheiße mir fehlt noch einiges an material und ich finde sie wirklich nicht ich finde die idioten wirklich nicht was denn da los ja gut was soll es wir müssen hier erstmal ausbauen ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen überfordert was ich machen muss was ich gerade machen will eher weil ich will ja das museum haben muss da überwiegend warten und was ich hier jetzt machen soll weiß ich halt gerade gar nicht das ist halt überhaupt scheiße so holz kaufen wir bei dir du gehst hier hin ach nee warte da habe ich ja schon einen kannst hier bleiben ihre majestät ist nicht zu gegen nur für den fall dass sie alles im namen ihrer majestät das holz nehmen wir alles mit und alles mit dem siegel der königin deine aufgabe alles mein magen spielt wieder verrückt ich muss mir das ja an sie über die jäte meine unterstützung vermag nicht alles bereit verschwenden sie nicht anderer leute hast du jetzt eine aufgabe für mich um eine aufgabe suchen im augenblick wird keine starke hand eine falle wir wären dann soweit neben all den anderen spitznamen haben wir begonnen sie unseren meister zu nennen mäh ein hoch auf die enthaltsamkeit natürlich wissen sie was das sind sie ein überbringer trügerischer sie haben an einfluss verloren die hat auch bald kein bock mehr auf mich glaube ich es scheint gefällig hat die überhaupt wirklich kriegsmittel glaube nicht ne und die könnte man ja auch irgendwann mal angreifen ne weil der hat hier ihren einen turm da setzen wir alle nur den splitter einer welt und hier ihre drei dinger da auf ihren befehl gut du bringst jetzt holz das ist natürlich besonders schön und ihr geht gerade nicht weiter hoch ne nein natürlich nicht neue gebäude freigeschaltet super jetzt habe ich wieder das tolle arbeitskräfte problem aber nur fürs erste ich werde dann mal die alte seekiste durchwühlen glaube wahrscheinlich rede gehabt wahrscheinlich ok der muschelknacker hat am meisten so an items geben wir euch den und den hier mit vorwarte jagd gebrauchen wir gar nicht bekommt dann wenig wurst von mir dann viel glück dann bauen wir hier jetzt das museum drei artefakte habe ich bisher wird unsere stadt noch mal schön attraktiv ok wir haben jetzt unsere handwerker kriegen gute steuern dafür den krieg würde ich schon gern wenig aufrüsten zwölf minuten brauchen wir dafür fregatte jo mal sehen was können wir denn machen wir bauen halt einfach noch mal ein schiff ein schönes linien schiff wenn sie nicht ganz so toll da muss man verbauen dazu die attraktivität ihrer stadt hat sich verringert der stadt ist fragwürdig warum sie sich verringert hat aber gut wird wohl seinen grund haben wie wir uns nach dem meer gesehnt haben was hat neuer problem wir haben keinen marktplatz keinen wirklichen oder wie wir machen das beste ja das ist mit dem marktplatz nicht zu viel dann seid ihr wieder glücklich sehr glücklich sogar wie man sieht du hast zu viele leichen im keller man beschwer dich doch nicht ständig ich will doch frieden mit dir frieden haben wir schon aber ich will handeln mit dir du willst mich wohl auf den arm nehmen komm ich gebe dir noch mal geschenk ich gleich den straßen kinder ich melde mich bei dir wenn was anliegt na gut dann kümmern wir uns jetzt halt doch noch mal ein wenig um die neue welt was sollt ihr denn da zwei fregatten hier haben war es ne kleinen los habe ich eine dann müssen wir siegel erstellen kann ich hier machen meckern wird da dass er nicht genug platz für ein lager aus hat spielstand gespeichert und ein hospital elektrizität ok ich habe hier nämlich keinen bock auf brandstiftung nummer drei und nummer vier und kommen hier mal fünf finden wir auch noch ich erkenne dich gar nicht wieder na gut wie es aussieht können wir doch nicht wirklich was noch hier in der neuen welt machen außer unsere steuer noch mal ein wenig verbessern ich dachte ich wäre ein problem mit der musik weil die auf einmal abgebrochen hat das sollte für das erste passen und ich werde mal gucken was man machen muss um mit beryl freundschaft zu schließen die leute sollten dich lieben oder falls das nicht geht zumindest fürchten ein reparatur kann habe ich hier nicht wahr ja da so ihr wart die ersten die was machen konnten unterhaltskosten 10 ja das mache ich sofort zugegeben sieht ganz so aus als wären deine leute zum kämpfen bereit das gefällt dir auf jeden fall schon mal so ich bin dann fürs erste mal ein wenig gerüsteter für den fall dass sie sich auch denkt deine anteile sind erstaunlich viel wert für die leere insel meine ich und ob so schlau ist die anzugreifen wo stimmt ihr habt nichts angriffspakt zumindest von ihrer seite aus hier müsste ich auch wieder einkaufen können wäre es unangemessen sie um ihre aufrechtige meinung dazu zu bitten die verkauft seife das ist gar nicht mal schlecht über die waren die sie verkauft kann man sich auf jeden fall nicht beschweren da sind direkt wieder was ich sehe Würste und ich habe auch genug zeug bauen wir unser schönes kontor auf und damit beenden wir den heutigen part habt einen schönen tag haut rein ciao